Es gibt viel zu tun im schlafmedizinischen Zentrum der Charité, denn Schnarchen ist weit verbreitet, mit sozialen und mit gesundheitlichen Folgen. Schnarchen entsteht, wenn das Gaumensegel bei erschlafter Muskulatur vibriert. Doch erst einmal ist Schnarchen nur lästig, meint Professor Ingo Vietze. Er leitet das schlafmedizinische Zentrum. Und mildes Schnarchen ist ohne Folgen. Gesunde Schnarchen ist ohne Atemaussetzer und wir haben bisher kein anderes Merkmal, was gesundes und ungesundes Schnarchen unterscheidet, bis auf die nächtlichen Atmungsstörungen. Sofern man weniger als fünf pro Stunde Atmungsstörung in der Nacht hat, pro Stunde Schlaf, schnarcht man aus heutiger Sicht mehr oder weniger gesund. Sobald es mehr als fünf pro Stunde Atemaussetzer im Schlaf sind, schnarcht man krankhaft, weil wir dann nicht mehr von dem Schnarchen allein sprechen, sondern tatsächlich von der Schlafapnoe. Apnoe bedeutet Atemstillstand oder ohne Luftzufuhr. Und bei mehr als fünf Atemaussetzern pro Stunde, es können in schweren Fällen sogar 50 oder 60 in einer Stunde sein, drohen ernste Folgen. Das Schnarchen, was mit nächtlichen Atmungsstörungen einhergeht, das ist tatsächlich ein Risiko. Also wenn wir von Risiko sprechen, dann meinen wir damit geringere Lebenserwartungen, erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Herzerkrankung, für hohen Blutdruck, für Herzschwäche, für Schlaganfall, für Zucker, für Atheosklerose und viele andere Erkrankungen. Ursachen gibt es viele. Die Anatomie des Rachenraumes, die relativ eng ist und die im Schlaf erschlaffende Muskulatur. Hinzu kann eine genetische Veranlagung kommen, auch Übergewicht und Alkohol fördern das Schnarchen. Bei den drohenden Folgen lohnt sich ein Arztbesuch auf alle Fälle. Wird nach ersten Untersuchungen und Tests eine Schlafapnoe vermutet, dann geht es ins Schlaflabor. Noch einmal Ingo Vietze. Man schläft eben nicht zu Hause, man schläft in einem Bett, in einem Labor und bekommt viele Elektroden vorher angeklebt, sagen wir. Und das sind Elektroden, die kommen auf den Kopf für die Hirnströme, die kommen an die Augen für die Augenbewegung, die kommen an das Kinn für den Muskeltonus. Und ansonsten messen wir noch mit anderen Sensoren die Nasenatmung, die Brustatmung, die Bauchatmung, wir messen den Sauerstoffgehalt im Blut, das Schnarchen, wir messen die Beinbewegung, die Aktivität im Bett und die Körperlage. Nur in wenigen Fällen und unter ganz bestimmten Voraussetzungen rät Professor Vietze zu einer Operation. Aus seiner Sicht sind zwei Verfahren jener Schwere der Apnoe besonders erfolgversprechend. Die Standardtherapie ist die nächtliche Beatmung durch eine Überdruckmaske. Dieser Überdruck, der auch im Rachen anliegt, verhindert eben, dass im Rachen die Muskulatur zusammenfallen kann. Sie möchte es gerne, aber es geht nicht, weil die Luftsäule den Atemweg schient, so nennen wir das. Das ist ein Hilfsmittel, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussieht und man sich sicherlich auch daran gewöhnen muss, mit so einer Maske jede Nacht zu schlafen. Aber es funktioniert sehr gut. Es funktioniert seit mehr als 35 Jahren sehr, sehr gut. Die Patienten merken vor allen Dingen, und das ist der Vorteil dieser Therapie, bereits nach der ersten Nacht der Anwendung, dass sie besser schlafen und am Tage nicht mehr so müde sind. Oder es kann eine Gebissschiene speziell angefertigt werden, die beim Schlafen angelegt werden muss. So eine Protossionsschiene schiebt den Zungengrund nach vorn, also durch den Vorzug des Unterkiefers und funktioniert auch, kann Schnarchen mindern, kann auch Atemaussetzer beseiten, naja, sagen wir zumindest mindern, ist aber wissenschaftlich gesehen nicht ganz so effektiv wie die Überdruckbeatmung. Und kann daher von den Kassen nicht bezahlt werden. Welche Therapie auch notwendig ist, es lohnt sich, etwas gegen das Schnarchen zu unternehmen.